Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Engineers Live mit mir die lieben Zerns und den lieben Herrn Malz. Moin. Äh ja, die letzten Tage kamen wieder keine Folgen, wir haben es nicht richtig geschafft aufzunehmen und ja heute haben wir uns auch so ein bisschen, ich sag mal verplant, nicht mal so. Ähm, ne also, ja, wir versuchen die Tage ein bisschen mehr aufzunehmen. Problem ist aber, es ist jetzt auch schon wieder 6, halb 7 sowas um den Dreh. Okay, es ist viel zu warm, dementsprechend können wir sowieso nicht so viel aufnehmen und morgens hab ich halt fast immer Termine oder wir können morgens nicht so viel aufnehmen. Dementsprechend, ja, hoffentlich wird es demnächst besser, drücken wir es mal so aus. Also, ich will heute ein bisschen bei den Bienen weitermachen, dass wir mal vor allem in Richtung Apiaries kommen. Dafür brauchen wir Seed Oil, für Seed Oil brauchen wir einen Squeezer und dafür brauchen wir noch wieder jede Menge von diesem Bronzekram und Tom war ein bisschen Farm. So ganz bisschen. Ja, ein bisschen. Ähm, eigentlich könnten wir ja mal sowas wie Eisen und Kupfer, wo auch immer Kupfer ist. Also, Platten hab ich schon so ein paar gemacht, Eisen und Zinn-Klatten glaube ich. Ach da. jeweils anderthalb Stack. Ja, ich pack nochmal drei. Ah, wobei, wir könnten eigentlich die Plattenmaschine demnächst mal bauen. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Ähm, dann würde es alles schneller sein. Egal, machen wir nächste Folge. Ähm, Eisen-Platten. Du hast aber keine Kupferplatten gemacht. Nö, nö, die liegen glaube ich schon irgendwo drin. Oder ich hab die einfach noch nicht gemacht. Ähm. Unvorbereitet. Ja, du hast mir gesagt, du hast welche gemacht. Haben wir denn noch irgendwo... Ausmachtwege? Ja. Dann hab ich doch keine gemacht. Ich hab... Ich brauch nen ganzen Haufen. Ey. Aber doch, hier sind 24. Äh, ja, das wird glaube ich aber nicht wirklich reichen. Äh, ich brauche noch... Was war das? Zinn. Äh, wir brauchen ein M-E-System. Ich bin am überlegen, ob wir nicht in die Richtung demnächst mal ein bisschen aktiver gehen wollen. Was hältst du davon? Glaub ich nur diesen Crusher. Ah ne, kein Crusher. Irgendso ein Furness. Ich weiß gar nicht wie er heißt. Ja. Arc Furness, glaube ich, hieß er. Mehr brauchen wir nicht? Nö, wir brauchen nur dieses komische Eisen da. Okay, wir haben kein Eisen mehr. Ich fa... Doch. Also nicht als Ingrid, aber sonst noch. Ja... Natürlich haben wir es als was anderes. Ich rede natürlich von den Ingrids. Äh, doch, Eisen müsste noch in der unteren Kiste wegen wie ich gefarmt hab da. Da hab ich schon ein bisschen was nochmal durchgeschmolzen. In der unteren Kiste? Ja. Äh. In der unteren Diamantkiste. Hab ich ein bisschen Kacke noch reingeworfen, weil ich... Äh... Nö, ist kein Eisen drin. Hä? Das stimmt scheiße. Ja, äh, frag ich mich auch. Warum hast du uns nicht durchgeschmolzen? Jetzt muss ich hier drauf warten, dass ich Eisen kriege. Das ist peinlich. Ich hatte leider keine Zeit. Ja. Musstest eure Truck Simulator spielen. Schhhh. Gut, ähm, dann werde ich zumindest schon mal in die Zentrifuge ein bisschen was hier reinschmeißen. Das darf alles nämlich durchlaufen. Weil die ganzen Comps müssen wir durch die Zentrifuge jagen. Und da kriegen wir ein paar hübsche Sachen raus. Äh, die wir unter anderem auch für Quests brauchen. Na? Äh. Äh. Ja. So. Haben sogar zwei Quests abgeschlossen. Hahaha. Du bist ja heute wieder schnell. Äh, ja. Ich bin sehr schnell. Also... Ganze vier Minuten und schon die erste Quest abgeschlossen. Musst du denn immer alle crafting table mit irgendwas besetzen? Ja. Gut. War ja nur ne Frage. Also streng genommen kannst du den Kram auch einfach rausnehmen. Ach. Ich brauche Eisen. Ja, egal. So. Dann habe ich jetzt den Squeezer gemacht und ich brauche noch Konnektoren. Haben wir irgendwo noch Konnektoren? Ja. Haben wir irgendwo noch Kabel? Ja. Haben wir irgendwo noch Platz, dass wir hier noch was hinstellen können ohne zu sterben? Nein. Hahaha. Ja. Platz. So. Und hier kommen jetzt nämlich die Hempseeds rein und die bringen uns Seed Oil. Das ist nämlich das nächste, was wir dann brauchen. Ich habe einen Toaster gemacht. Bist du stolz? Nein. Ich habe eine Quest abgeschlossen, weil ich Kapseln gemacht habe. Bist du stolz? Nö. Ja. Ich habe nicht so gedacht. Ich habe einen Toaster gemacht. Äh. Haben wir zufälligerweise Äpfel? Zufälligerweise ja. Kriege ich die? Muss ich suchen. Äh. Ja. Hier sind drei. Hier sind neun. Wie viel warst du denn? Äh. 21 könnten reichen. Ja. Hier sind noch 52. Was so was. Ja. Ich belasse einfach mal das bei 21. Denn wenn wir die nämlich zerlegen, haben wir eine zehnprozentige Chance Mulch rauszubekommen. Was schon Zeug? Mulch. So. Das ist das, was wir später für die Farmblöcke und Co. brauchen. Hauptsache ich habe zehn Quests abgeschlossen gerade. Ne. Ich habe noch vier davon gemacht. Achso. Äh. Dann brauchen wir davon ein bisschen was für den. Ja. Wobei. Äh. 250 Millibucket. Wie viel haben wir? 145. Das reicht also noch nicht. Dann möchte ich den machen. Die Teile. Das Teil. Du wirst mich verarschen glaube ich. Wollte Quests hier mache. Ich rate euch. Du hast doch nur Quests die abgeschlossen werden oder nicht? Ne. Achso. Hast sogar sinnvolle Quests. Naja. Ich sag mal so. Wir werden für jedes, äh, für jede Quest drei XP Level bekommen von NS. Wow. Also Redstone, Zinn, Diamanten, ich brauche Glasscheiben noch, dann Redstone Zinn, dann brauche ich Bronze. Ich habe keine Bronze mehr? Und nicht. Aber ich habe diese bekommen. Äh. Warum haben wir keine Bronze mehr? Alloy kill. Äh. Bö. Ich mache es einfacher. Wir haben hier einen Stack Kupfer und wir haben einen Stack Zinn. Ja. Aber die Schmerzen ist gerade belegt. Gleich nicht mehr. Ne. Also ja. Kann man ja auch ein bisschen hin und her schieben. Acht da einfach den killen, das geht doch schneller. Nö. Klar. Äh. Ich brauche einen Hopper. Haben wir irgendwo noch einen Hopper? Das kann ich dir nicht sagen. Äh. Anscheinend nicht. Vor allem wie ich einfach mit der Sortierung kein Stück mehr klarkomme. Hahaha. Ähm. Wir haben wirklich keinen Hopper mehr. Ach du Schande. Wie ist denn das Eis? Wie geht das denn, dass wir keinen Hopper mehr haben? Ja. Komisch. Und zwar wollte ich vielleicht ein zweites Wasserrad bauen oder noch ein drittes. So. Ja darfst du gerne machen. Weil meine Quest habe ich jetzt fertig. So. Drei Bronze, drei Eisen, drei Gold. Okay. Das kostet aber das blöde Leder. Hahaha. Und ich gerade wenig davon. Du könntest mal in den, wie heißt das Ding, in dem Thermic, ne. Thermic Fabricator. Äh. Im Carpenter könntest du mal Wasser reinpacken. Das kann ich auch machen, ja. Das wäre ganz nett. Äh. Redstone. Noch mehr Bronze. Shit. Wir müssen unbedingt Kuhfarm bauen. Wir brauchen sowieso noch so viel Leder. Milch oder was? Achso. Könnten wir nicht irgendwie aus Flash Leder machen? Äh. Weiß ich gar nicht. Ahja. Äh. So. Dann. Dann brauche ich Zinn. Hab ich. Brauche ich Kupfer. Eisen und Bronze. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Gold habe ich. Ich brauche Diamanten habe ich. Haben wir irgendwo noch Rubber über? Äh. Wo ist denn das ganze Rubber hin? Äh. Wann nicht. Hier sind noch zwei in der Kiste in der Modell-Copper-Chess. Ich brauche fünf. Habe ich nicht viel mehr Rubber gemacht? Ne. Du hattest gerade genau das gemacht, was du brauchtest, glaube ich. Also. Okay. Da drin. Aua. Ja. Gut. Dann muss ich da noch mal kurz warten. Dann brauche ich fünf Blaze Powder. Haben wir das noch? Ja. Ja. Fünf Obsidian. Haben wir auch noch. Ich frage jetzt noch, wie viel Wasser brauchtest du da drin? Äh. Voll. Ach du Scheiße. Kann ja gleich 20 mal laufen. Ja. Oder ich nehme mir einfach neue Buckets. Ja. Äh. Haben wir Endstone? Nein. Shit. Nee. Appetite haben wir doch sicherlich, oder? Ja. 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 Das End freigeschalten haben wir schon. Aber da waren wir ja nicht. Äh. Können wir mal kurz schlafen gehen? Und wir sollten vielleicht einfach mal unsere Gegend ausfackeln. Dann müssen wir nicht jedes Mal schlafen gehen. Haben da schon wieder Zombies? Deswegen nicht. Aber wenn wir ausfackeln, ist es hell und man muss nicht jedes Mal pennen gehen. Ich sehe alles. So. Ähm. Das bitte da rein. Fünf Stück. Bei mir war alles hell. Dann. Ähm. Zinn, Glasscheiben, das. Und ich brauche mehr Redstone. Bestellung ist vollendet. Ui. Das ist aber nett. Was macht denn 25 Euro? Äh. Nein. Ich bin heute sogar noch günstig. Was? Du und günstig? Klar. So. Ähm. So. Ähm. Boah. Die Maschinen brauchen ewig. Oh nein. Bitte nicht. Finde ich ja lustig. So. Fünf denen. Darf man jetzt eigentlich wieder mit dem Airship fahren, oder? Äh. Ja. Ich probier's mal. Wo ist der Treibstoff? Äh. Fünf davon. Hast du wahrscheinlich wieder weggeschmissen. Äh. Fünf Diamanten brauche ich noch. So. Das ist. Rubber ging nicht. Blaze ging aber. Obsidian ging. Lapis geht. Ich schlafe dir gleich an. Das Ding ist so langsam. Äh. Verständlich. Ich. Ich spiel das erst abgraden. So. Äh. Was muss ich damit machen? In die Zentrifuge nochmal. Okay. Damit kann ich leben. Wenn er dann irgendwann fertig ist. Ach ja. Übrigens. Scheiß. Ich weiß gar nicht mehr, was man mit den ganzen Tubes machen kann. Ach. Die Dinger braucht man für die ganzen verschiedenen Farmen. Wie schön das denn? Äh. Alle. Müssen wir machen. Äh. Warum sind das nur 500? Okay. Dann. Egal. Wir haben genug Kampf zu haben. Ist ja alles so teuer. Scheiße. Ähm. Wieso? Upgraden oder was? Ja. Das kostet immer 4 von den Circles. Nein. 5 Millionen. Okay. So. Das Ding hab ich. Dann. Redstone. Ein. Zinn. Drei. Bronze. Drei. Und. Drei. Gold. So. Dann sind gleich die nächsten Quests fertig. Hahaha. Das ist das schon wieder für ein Zombie. Warum hat der eine Rakete danach? Ach. Es dauert auch überhaupt nicht lange alles. Äh. Warum? Was warum? Strom. Ach nö. Wir haben zu wenig Strom. Hä? Ja. Entweder leiten wir zu wenig. Haben wir zu wenig. Äh. Weiß ich nicht. Mit dem Multimeter da auf die. Ja. Auf jeden Fall läuft es nicht weiter. Ich gehe davon aus, es könnte daran liegen, dass wir einfach, dass ich alle 4 Maschinen gerade gleichzeitig betreibe. Gut. Dann merkst du selber. Jo. Hahaha. Na komm schon. Ich brauche die Tabs. Ach. Ich kann halt nichts machen gerade mehr. Also vor allem, das ist wieder so eine richtig hübsche Folge, wo ich keine Ahnung habe, was sie als Thumbnail machen soll, weil ich halt nicht wirklich was Produktives gemacht habe. Außer, dass ich wieder Schluck auf habe. Und sind das denn 25.000 verschiedene Types? Warum muss man die überhaupt machen? Keine Ahnung. Blöde Quests. Ja. So. Kannst du doch doch einen Scoop machen, um mal die Dinger abbauen lassen. Ähm. Ja. Wollte ich gleich eigentlich mal machen. Vor allem müssen wir auch machen. Ähm. Ein Scoop. Da fehlen mir Sticks für. Den wird's wohl nicht scheitert. Ähm. Mhm. Also, denk dran, wir können Sticks nicht mehr einfach so machen. Ja, mit der Säge. Wir haben noch eine Säge. Ja. Oder man nimmt einfach zwei Oak Wuchs übereinander. Die haben das Rezept nicht genervt. Nee. 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 Ey, wir müssen das auch mit der Säge manchmal nicht. Ja. Aber es gibt ein Alternativ-Rezept. So, mit denen gut, ja. So. Dann haben wir jetzt nämlich einen Scoop. Und mit dem Scoop, können wir mal ganz kurz die Bienen-Basics machen. Kannen wir, oder mit anderen Worten, kann Tom dann Offscreen ein wenig durch die Gegend laufen und diese hübschen Hives sammeln. Die stechen einen noch, aber irgendwann können wir einen Anzug machen, denn stechen die ja nicht mehr. Und darüber kriegt man normalerweise diese Bienen. Ja. Einen Tipp, falls du das wirklich machen solltest, mach es nachts. Die Dinger leuchten in der Nacht. Ja, ja. Das war's. So. Ich nehme einfach eine Räucherkerze mit und dann habe ich diese Schnapp. Stimmt. Das Ding sollte ich vielleicht dann auch gleich mitmachen. Gibt es das wirklich? Ja. Ich habe das gerade aus Spaß gesagt. Ja. Achso. Ähm. Ich weiß eigentlich nicht, wie das Ding heißt. Das Ding ist auch mein Abteil. Ja. Aber jetzt muss es das werden. Hihi. Abteil? So. Scoop. Ich töte übrigens ganz Pferde. Apiaries Chest. Äh. Tötet die Pferde. Wie heißt denn das Ding? Doch nicht. Ähm. Ich will das gerne auch eben bauen. Ich habe aber die blöde Befürchtung, dass die Zeit dafür nicht mehr ausreicht. Ja. Weil wir sind nämlich bei 17 Minuten. Hehehe. Ich habe einen Stack Leder da. Ähm. Ja. Gut. Oh. So. Ich schieße gerade in die Luft. Ähm. Wie heißt das Ding? Warum habe ich Ton am Handy an? Habe ich noch nie gehabt. Ah. Beesmoker heißt das Ding. Stimmt. Er gibt sogar Sinn. Ich brauche Leder. Ja. Habe ich einen Stack? Ja. Ich brauche zwei Stück. Komm mal bitte schnell wieder. Dann können wir das Ding noch schnell bauen. Schnell. Schnell. Eher. Weil ich. Jaja. Hier. Wie viel? Zwei. Zwei. Stacks. Was? Hehehe. 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 Das geht so. Und wir haben den Beesmoker. Schön. Ich smoke dich ein. Nein. Ich nehme mich in Ruhe. Hehehe. Hehehe. So. Ähm. Dann kurz noch. Ja. Toll. Wenn der immer mal soweit wäre. Ich würde halt super gerne noch gerade die Quest abschließen. Aber ich glaube das schaffe ich nicht mehr. Hm. Ich brauche ne neue. Shit. Na komm schon. Du bist fertig. Ja. Da ist die Quest fertig. Du willst sie doch leeren. Schon vergessen? Ja. Aber nicht heute. Doch. Nach jeder Folge hast du gesagt. Du hast sie letztes Mal auch schon nicht geleert. Schmeiß einfach rein wo du willst. Wir gucken nächstes Mal glaube ich mal aktiv. Dass wir Richtung Refined Storage System kommen. Weil ich habe langsam keine Lust mehr auf die Kistenwirtschaft. Das reicht schon dass wir das in Gregblog die ganze Zeit machen müssen. Ja. So. Die Quest ist auch fertig. Und dann würde ich sagen. Vielen Dank hast du gut gehabt. Lass Kommentar, Bewertung da. Etc. Etc. Bis zur nächsten Folge wo wir dann mit den Bienen richtig aktiv anfangen. Bis dahin. Ciao. Ciao.